und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Shadowman wir sind jetzt knapp bei Kasse weil wir haben wenig live so wir müssen jetzt erstmal schauen wir gehen es in den anderen Gang und da ist auch eine Seele so dann haben wir schon mal eine Seele aber es geht hier nicht weiter da okay das ist jetzt ein bisschen fraglich müssen wir mal schauen hier waren wir schon ein wir sind vor allem für immer natürlich mit und schau mal ob wir irgendwo um 9 kommen auch nicht okay da ist noch eine Tür ah nee das war ja die Tür wo er zu war brauchen wir als item war jetzt auch nichts mehr müssen wir einfach mal schauen wir sind mehr gekommen und hier und hier weil das eine Gitterlaser es muss irgendwo noch einen Weg geben das kann es nicht sein also um um irgendwas ist noch vor streifenspuren man kann es aber auch nicht weg machen oder kommen wir irgendwo okay vielleicht was doch irgendwas anders tun oder man muss sich an den Teil bewegen und aufmachen so für dich wird hier vielleicht noch mal ein bisschen vielleicht immer noch hier im Gang wo wir übersehen haben das kann gut möglich sein so dann müssen wir mal in jeder Ecke und Kante schauen hier ist nichts hier ist nichts ah hier ja das haben wir übersehen und hier geht es weiter gehen wir erstmal hier entlang und wir sind wieder am Eingang dann müssen wir einmal noch mal lernen da 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 auch müssen glaube ich nicht Sie minder geschrieben gestimmt es ist so verwirrend das ist so richtig verwirrend so müssen wir mal schauen wo waren das jetzt noch mal auf dem Weg genau hier entlang Prozent so müssen wir einmal noch mal hier hoch und müssen dann in diese Richtung hier und da geht's rückwärts weiter aber hier stimmt irgendwas ich brauche Leben braucht ziemlich viel Leben ja wie soll ich das überleben wie soll ich das überleben Prozent wir sehen das beim kleinen Cut wieder bis gleich und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Shadow Man ich habe jetzt den Handschuh schon bekommen und den können wir jetzt auch hier direkt verwenden sagt jetzt haben wir das geöffnet müsste eigentlich geöffnet sein oder oder damit ist jetzt zugeschlossen keine Ahnung Prozent ist auch nur gerne mit das doch noch mal und jetzt ist es doch sehr gut sehr gut aber warum geht die Tür nicht auf hallo ist die kaputt hat 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 nicht für das tun aber wie kommen wir jetzt hier raus Prozent und ich da was übersehen nein kann nicht sein die nicht auf Prozent sie mir noch ein Schalter oder so ein Kurs Prozent Prozent Kartisch und wir sehen uns gleich wieder wieder mal zwei Kürze bis gleich und damit ein herzliches Willkommen zurück ich hab ich musste einfach mit dem Teddy verwenden umstehen du machst was Schlimmes so jetzt können wir aber hier den Handschuh verwenden und kriegen dann auch die Tür dann können wir auch direkt hier durch da ist ein Rassel haben wir irgendwie Leben oder so nein kein Leben das wird problematisch jetzt glaube ich das ist problematisch einfach laufen einfach laufen einfach laufen vielleicht kriegen wir die ja noch den einen haben wir nein ich bin tot okay aber ich glaube das wäre scheißegal gewesen weil wir jetzt haben wir eh volles Leben und können direkt die killen um dort beide daumen sehr gut es ist immer so ein harter Kampf gegen die beiden oder gegen mehrere von denen keine Ahnung wir müssen jetzt lang wir haben es so viele von denen gilt ah oh gott bitte ja diesmal kann ich den Sprung hahaha sehr gut diesmal kann ich den Sprung richtig so dann können wir auch die Leichte besiegen und wenn man so mehr aus dem Kuchen kommen wir hier entlang so wie es ist es ist es ist es ist es ist einer ist down Mist ich in der Einladung für die das ist ein Dauersterben hier die Monster waren viel mehr Schaden als bei Plästischen 1 glaube ich also sowas in Erinnerung bei mir das weiß ich noch so müssen wir jetzt einfach mal schauen einer lebt ja noch eine eine zäger ja so er ist down um uns Seele so uns fehlt glaube ich nur noch eine einzige oder kann das sein ach wir sind jetzt vom Hinterrang durchgekommen okay so und wo es hier lang geht das weiß ich jetzt noch nicht wir gehen jetzt erstmal noch den anderen Gang müssen wir mal schauen so dann gehen wir hier entlang so hier habe ich nicht so eine habe ich nicht so Probleme eigentlich nur gegen die anderen so so als müssten wir eigentlich die Dreierseele bekommen was nein wir kriegen keine Dreierseele okay dann ähm gehen wir jetzt zu diesem Aufzug oder was das ist genau ich weiß es nicht genau ist bestimmt so eine Art ähm so ein Teil wo dann halt so fährt oder dass man auf einen anderen Bereich kommt aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge wenn wir durch dieses Teil hier fahren und schauen dann was auf der anderen Seite passiert bis dahin euer Doomsday Ciao Schuuu